10 Dinge, die es nur in der Schweiz gibt. Folge 1. Zweiter Teil habe ich schon gesehen. Wir schauen jetzt Folge 1 und ich bin gespannt. 230'000 Aufrufe. Nicht schlecht. Ich glaube, da kommen wirklich so Sachen, so Gesetze oder so, also richtig nice Sachen. Und übrigens, das Standbild hier. Hehehehe. Ihr weiss, wo das ist. Das ist die sogenannte Belchenflue im Solothurn. Bro, habt ihr das gehört gehabt, Chad? Dass die Schweiz gerne in eigenem Weg geht und dabei sehr erfolgreich ist, zeigt sich nicht nur bei der Europapolitik. Die Stimme ist auf jeden Fall sehr, sehr motiviert. Dabei gibt es ein paar Dinge, die in der Schweiz ziemlich einzigartig sind und Auswanderer sowie Touristen zum Staunen bringen. 10 ausgewählte Beispiele, die die Schweiz einzigartig macht, zeige ich euch im folgenden Video. Verrückte Wege, Kühe auf die Alm zu bringen. Das unwegsame Gelände und die Abgeschiedenheit mancher Alm fordern zum Teil höchst ungewöhnliche Wege, die Kühe auf die Alm zu bringen. Oder wie im Video, in Notfällen, den Rücktransport mit der Erzermatt zu organisieren. Der Transport per Seilbahn oder per Boot stellt dagegen fast nichts Ungewöhnliches durch. Das wird immer so geil, wenn sie die Kühe da rumfliegen. Das ist jetzt übrigens keine Kuh, sondern der Milo. Kein Land auf der Welt hat so viele Amtssprachen. Die Schweiz besitzt ganze vier offizielle Amtssprachen. Fälschlicherweise wird aber oft angenommen, dass alle Schweizer diese Sprache auch verstehen. Die meisten haben aber nur eine Muttersprache und sprechen allenfalls eine weitere Landessprache. Ich habe nur Deutsch logischerweise, Französisch ein bisschen, Italienisch absolut keinen Plan, Rätoromanisch absolut keinen Plan. Es ist eigentlich schon krass, dass wir in einem Land leben, auch als ich den Roadtrip gemacht habe mit Can, wir fahren in die Welsche Schweiz über und wir verstehen einfach schon mega wenig. Ich kann Französisch, aber so wie sie dort reden, ist für mich schon schwierig. Und wenn du ins Tessin gehst, musst du eh Englisch reden, aber im Tessin kann absolut niemand Englisch, von dem bist du einfach gefickt. Nur der Bundesstaat als Institution ist wirklich viersprachig. Die Viersprachigkeit der Schweiz begegnet einem immer wieder im Alltag. Sei es bei den mehrsprachigen Zugdurchsagen oder beim Einkaufen mit Verpackung in drei Sprachen. Vieles ist in Deutsch, Französisch und Italienisch angeschrieben. Rätoromanisch wurde nur in Teilen des Kantonsgauppbünden gesprochen und begegnet einem dadurch weniger im Alltag. Deutsch bzw. Schweizerdeutsch. Wie ist es eigentlich? Im Graubünden hinten sind dort die Produkte im Laden auch noch auf Rätoromanisch angeschrieben. Weisst du es etwas, Schett? Ich glaube nicht, ich glaube, das ist ja dort, weil die verstehen ja alle Deutsch. Oder alle, die Rätoromanisch reden, lernen ja auch Deutsch oder können ja auch Deutsch einen normalen Spruch, soviel ich verstanden habe. Das heisst, die Produkte werden höchstwahrscheinlich nicht angeschrieben sein auf Rätoromanisch. Ist die häufigste Sparer der Schweiz und trifft auf etwa zwei Drittel des Landes zu. Französisch wird in der Westschweiz gesprochen, Italienisch im Tessin und Teilengauppbündens. Trinkfaserqualität in allen Brunnen. Trinkfaser aus dem Wasserhahn ist nichts Besonderes. Aber die Schweiz legt noch einen drauf. Wasser aus Brunnen kann ohne... Leute, die Angst haben, in der Schweiz aus einem Brunnen zu trinken, sind für mich einfach komplett los. Wenn du so irgendwann mit Kollegen am chillen bist und sie sagen so, ich habe mega Durst, sind eine chillige Brunnen vorne dran und sie gehen auch nicht gut trinken, weil sie Angst haben, dass das Wasser dreckig ist. Samar! ...bedenken und getrunken werden. Ausser es wird explizit darauf hingewiesen, dass in einem Brunnen kein Trinkwasser fliesst. Ejadi, in dem Dorf haben Brunnen kein Trinkwasser. Doch, es steht einfach angeschrieben, dass man es nicht gerade trinken kann. Aber ohne Scheiss, ich trinke aus jedem Brunnen Trinkwasser. Ich trinke sogar aus gewissen Seen. Also jetzt nicht aus dem Tunensee, wenn du in den Bergen bist, gehst du einfach zum See und nimmst Wasser. Auch allgemein ist die Wasserqualität in den Seen und Flüssen sehr gut. Und das nicht nur in den Bergen. Die Biese In der Schweiz gibt es mit der Biese ein einzigartiges Windsystem, welches man sonst nirgendwo auf der Welt findet. Für die Entstehung muss in Nordeuropa ein Tiefdruckgebiet und im Mittelmeerraum ein Hochdruckgebiet vorhanden sein. In der Folge entsteht der Biesenwind, welcher kalte Luft aus Nordosteuropa mitbringt und vom Bodensee durch das Mittelland über Genf bis nach Lyon in Frankreich weht. Durch das Jürergebirge im Nordwesten der Schweiz wird der Windkanal zunehmend enger und die Windgeschwindigkeit immer höher. Dieser Geschwindigkeitseffekt und die Folgen sind besonders am Genfer See zu beobachten. Im Winter entsteht hier durch die Biese und Wasser sehr ungewöhnliche Eisskulpturen. Ihr kennt sicher den Effekt, wenn in der Wohnung zwei gegenüberliegende Fenster geöffnet sind. Eissed out in real life. Und Justin wird es gefallen. Quadratische Flagge Die Schweiz ist schon seit jeher stolz auf ihre Unabhängigkeit und geht gerne ihre eigenen Wege. Kein Wunder also, dass auch die Flagge nicht dem typischen rechtlichen Muster der meisten anderen Länder folgt. Zusammen mit dem Vatikanstaat besitzt die Schweiz die einzigen quadratischen Flaggen. Die quadratische Form ist zwar beim Volkssportfahren schwingend sehr praktisch, aber nicht der wahre Grund. Die Form kommt aus der Schweizer Militärgeschichte. Ursprünglich war das Weiße Kreuz ein Erkennungszeichen der Soldaten. Später kam der Rote Grund dazu. Die quadratische Form war für solche Militärzeichen üblich. Mit der Verfassung von 1848 wurde das Weiße Kreuz auf Rotem Grund als offizielle Fahner der Schweiz festgelegt. Mit einer Ausnahme. Die Flagge zur See der Schweizer Schiffe. Diese ist rechteckig. Boah. Das macht mich so stolz auf die Schweiz, wenn ich das Video schaue. Denk mir bei jedem Punkt so. Nice, Digga. Ist gerade ein bisschen emotional noch mit der Hura Musik im Hintergrund. Sag mal, Digga. Ich will jetzt doch nicht heulen, Mann. Digga. Direkte Demokratie. Die Schweiz hat von allen Demokratien die weitestreichenden direktdemokratischen Elemente und kennt direktdemokratische Instrumente auf allen politischen Ebenen. Das ist eigentlich auch ein Hura Privileg, was man in der Schweiz hat. Auch wenn alles lang geht oder so. Auch die direkte Demokratie und das alles so finisch abgesichert ist und so viele Leute die man mitbestimmen kann, ist eigentlich hoher gut in der Schweiz. Es ist nicht echt wie in Amerika, wo der Trump, wenn er mal Bock hat, um das zu machen, kann er das entscheiden. Jedes Jahr gibt es in der Regel vier Abstimmungshundtage, an denen meist über mehrere Vorlagen aus allen politischen Ebenen abgestimmt wird. Die Abstimmungen reichen von Entscheide über Bauvorhaben auf Gemeindeebene bis zum Entscheid über die Erhöhung des Mindesturlaubs auf Landesebene. Dass die Entscheidungen verantwortungsbewusster als bei so manchen Politiker gefällt werden, sieht man da Aber trotzdem habe ich zwei Drittel von den Kuwerfen verlegt. Muss los, Digger! Und dass die besagte Abstimmung über sechs Wochen Mindesturlaub vom Volk abgelehnt wurde. Oder kennt ihr Parlamente, die gegen eine Diätenerhöhung oder mehr Urlaub für sich selbst gestimmt haben? Mehrere Tausend Franken für eine Autonummer. Ja, das kann sein. Aber ich weiss nicht, wie das in anderen Ländern ist. Das ist ja so teuer in der Schweiz. Maschallah. Ja gut, wenn du eins kaufst, aber das 18485 ist doch nicht so teuer. Für niedrige und besondere Autonummern muss man in der Schweiz zum Teil sehr tief in die Tasche greifen. Fast alle Kantone verkaufen beliebte beziehungsweise tiefe Nummern oder versteigern sie an den meistbietenden. Die deutsch-schweizer Kantone nehmen damit pro Jahr mehr als 10 Millionen Franken ein. Ein lukrativer 10 Millionen Nummer mit fucking Autonummern, die aus Aluminium sind. Schweiz! Schweizer, Digger! 10 vor 10! Den Rekord bei den Autokennzeichen hält bisher die Autonummer 10. Die Nummer 1000 kostet in Zürich über 50.000 Franken. Ja gut, dann kaufen wir es einfach. Das geht 10 im Kanton Zug. 10 kostet 32.000. Digger, die Nummer in Zürich ist ja verdammt billig. Mit einem Preis von Sorganschreibe 233.000 Schweizer Franken. Bei dem Motorradkennzeichen ist der Rekordpreis zwar deutlich niedriger, aber mit 22.000 Franken für GA1 im Kanton Graubünden ist es immer noch ein teures Unterfangen. Aus diesem Grund werden besondere und niedrige Autonummern gern vererbt oder beim Wegzug innerhalb der Familie weitergegeben. In der Schweiz können Raser ihr Auto verlieren. Die große Blitzerdichte und die hohen Verkehrsbussen der Schweiz haben sich mittlerweile bis ins Ausland herumgesprochen. Notorischen Rasern oder in Fällen extremer Geschwindigkeitsüberschreitung drohen dem Fahrer mittlerweile neben Führerausweisentzug, Freiheitsstrafen oder auch die Beschlagnahmen des Autos. Das kann sogar so weit führen, dass das Auto verwertet oder vernichtet. Sehr schmerzhaft für die meisten Autoliebhaber. Ja Digga, wieso soll es jetzt schmerzhaft sein, wenn du raced? Logisch nehmen sie dir dann das Auto weg oder du musst den Ausweis abgeben, dann kannst du nicht denken oh nein, jetzt haben sie mein Auto weggenommen. Aber schnell fahren ist eh nicht so mein Ding. Dass das Rasergesetz kein Spass ist und auch umgesetzt wird, hat die Schweiz auch schon mehrfach bewiesen. Icom hat schnell gerade 40 Franken. Es ist wohl teuer in der Schweiz, aber Digga, geh mal auf Italien, da ist auf der Autobahn 130 und die Leute fahren einfach so, als gäbe es kein Limit. Wir sind auf Nizza gefahren, da fährst du über Italien, du fährst auch so 130 auch so wirklich so, so wie es angeschrieben ist, links auf der linken Spur, Niu, fahr dich dann mit 200 Touren, Digga. Besonders grosse und schön gestaltete Kreisverkehre. Die Schweiz ist ein Land der Kreisverkehre, liebevoll auch Kreisel genannt. Nicht nur die Häufigkeit ist beeindruckend, sondern auch zum Teil die Größe und ihre Gestaltung. Auf Autobahnen findet man sogar Kreisel mit einem Durchmesser von 450 Metern. Ein besonders grosser Kreisverkehr ist der Kreisel Betzolz bei Hinwil, der die Autobahn A52 mit der A53 von LOL. Was für ein crazy Kreisel. Du kannst innen drin noch so alte Zeugs machen. Vielleicht fahr ich, Digga. Aber wer mal viel Kreisel will sehen, der muss auf Mallorca gehen. Digga, in Mallorca findest du einfach keine Kreuzigung. Du findest keine Kreuzigung. Jede Kreuzigung ist eine Kreisel dort. Dort ist es noch viel besser als in der Schweiz. In der Schweiz ist es doch gut, aber Spanien, Mallorca, dort ist das Kreisel-Game sehr, sehr strong. Dieser Kreisverkehr hat den Umfang von Sager und Schreiber 1,5 Kilometer. In der Mitte des Kreisverkehrs ist ein Verkehrsübungsplatz des TCS eingerichtet. Nur wenige Kreise in der Schweiz sind schlichte grüne Raseninseln oder runde Hügel aus Granolat. Oft werden die freien Flächen außerordentlich schön mit Pflanzen, Kunst oder mit Bezug zum lokalen Gewerbe gestaltet. Wer bei der nächsten Fahrt im Schweizer Kreisel auch auf die Gestaltung achtet, kann dabei wahre Kunstwerke entdecken. Und sie zeigen so einen absolut hässlichen Kreisel irgendwo in der Nähe von Epicon. Ungewöhnliche Automaten In der Schweiz gibt es zum Teil sehr spezielle Automaten, die auch außerhalb der Öffnungszeiten die ausgefallensten Wünsche erfüllen. Milch- und Eierautomaten sind hier schon nichts Besonderes mehr. Neben den bekannten Automaten gibt es aber auch ein paar sehr skurrile. Aber Diga, Milchautomaten, Chat, Milchautomaten, einfach das Beste, wenn du so irgendwann am Wanderer bist in den Bergen und dann du hast irgendwie mega Durst oder Hunger und kommst an einem Automat vorbei, wo du das Wasser kannst kaufen, ein Stück frisches Käse und vielleicht noch Milch. Beste Leben, oh mein Gott, einfach mitten auf den Bergen in irgendeiner Alp. Und das Gute in der Schweiz ist noch, dass es irgendwie so gut funktioniert. Man tut nicht einfach Nähe und Klaue. Die nicht allzu oft anzutreffen sind. Aber wer sie kennt, ist rund um die Ohr gewappnet. Lust auf ein leckeres Rindstartar? Auch dafür gibt es den passenden Automaten. Der Automat hat neben Rindstartar auch die passende Soße und Toastbrot zur Auswahl. Für Angler, die kurzfristig Fischen gehen möchten, gibt es den perfekten Automaten. Der Köderautomat bietet neben Haken auch lebendige Fleisch- und Bienenmordnern. Was sich für Laien nicht besonders appetitlich anhört, gehört für Angler einfach dazu und rettet so den spontanen Sonntagsausflug. Für Fahrradfahrer gibt es einen Automaten, der einen Trotzplatten und geschlossenen Läden die Tour retten wird. An dem Automaten gibt es Fahrradschläuche in allen möglichen Grössen. Da ist wohl jeder Zweiradfahrt froh um dieses Angebot, damit der Ausflug nicht noch ins Wasser fällt. Wem nicht die Luft, sondern das Licht ausgeht, dem hilft der Sicherungs- und Glühbirnautomat. What the fuck? Okay, das habe ich noch nie gesehen. Die anderen habe ich schon gesehen. Aber ein Sicherungsautomat. Wer denkt sich, jetzt muss ich eine Sicherung kaufen? Ich gehe erst mal eine Automatik an. Alles klar. Stell dir vor, es ist Samstagabend. Die Sicherung geht kaputt und es ist kein Ersatzamt. Man könnte jetzt natürlich auch Kerzen aufstellen und bis Montag warten, um sich eine neue Sicherung zu kaufen. Wo? Jet, kann ich mal irgendetwas sagen? Wo? Hat es? Also eine Automatik. Ich habe keinen Plan, was so eine Automatik hat. Vielleicht gibt es die schon, aber die gibt es ja nicht wirklich oft. Oder? Man kennt die nächstgelegten Sicherungsautomaten. Auch in gewöhnlichen Automaten verbergen sich für nicht Schweizer sonderbare Artikel. Dazu gehören zum Beispiel Cannabis-Eistee und Champagner. Mehr Informationen zu den hier gezeigten Automaten findet ihr in der Videobeschreibung. Kennt ihr noch weitere Einzigartigkeiten in der Schweiz? Ähm, ja. Es gibt so einen YouTube-Kanal, der heisst, ähm, Jet, wie heisst der schon wieder? Äh. Ah, Adi Totoro, genau. Mit so einem zweiten Kanal, Adilette, wo du jetzt gerade am Schauen bist. Kannst du mal ein Like geben auf das Video. Leider kann ich den Teil 2 nicht mehr schauen, weil ich den Teil 2 schon gesehen habe. Ja, nice, Digga. Cooles Video gewesen, Alter. Fühle ich mega, Mann, Bro. Danke vielmal, Alter. Mama got stuck in between these groups.